Ja wir kommen nach oben, das ist schon mal gut. So, dann müssen wir jetzt das letzte Buch finden, oder? Gucken wir mal. Nö, geh doch nach unten. Ja stimmt, dann müssen wir da hinten noch eine Brücke finden wahrscheinlich. Obwohl eine, ne genau ein Buch müssen wir da noch finden, aber von da hinten kommen wir ja. Dann weiß gar nicht ob da ein Buch lag. Ist der überhaupt da eins hingelegt? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, vielleicht reicht das ja auch schon. So, hier gibt es auch kein Altar, ne? Ne. Gibt es kein Altar. Na warte mal, vielleicht hätten wir da auch reingehen konnten in die Kirche. Genau, hier ist ja ein Eingang, vielleicht finden wir da auch das Buch. Ah. Ist das die Kanzel der Verkürzung? Sehr schön, wir sind weiter. Ja. Genau, da sind wir jetzt drin gewesen und jetzt ging ich ja davon aus, dass hier noch eine Tür ist mit einer Krypta. Wahrscheinlich müssen wir hier noch mal runter. Warte mal. Ist jetzt immer nur ein Rätsel, aber das müsste ja eigentlich gelöst sein, ne? So, das war ja die Tür, ne? Die wir gelöst haben. Eh, warte mal, hier geht es ja noch weiter. So, sehr gut, noch zwei Herzen. War das doch gar nicht so schwer. Ja, wir müssen den Sarg mal rausholen. So, das noch, ne? Jawohl, dann haben wir alle sieben voll. Das ist schon mal nice. Und auch gar nicht mehr im Inventar. Alles verbraucht, was dann nicht mehr braucht. Jetzt haben wir alle sieben. Das ist doch schon mal sehr nice. Ich bin tot. Nehmt sich nicht, es gibt eine magische Potion, die dich zurückbringen kann. Ich werde dir helfen, es zu verbringen. Oh, es geht noch weiter. Ich dachte, wir werden schon, äh, werden schon durch. Ist ja cool. Eine rote Rose. Danke, kleiner Junge. Oh, ein schönes Luftschiff. Ich frage, müssen wir die Rose irgendwo noch einsetzen? Können wir die anderen auch drehen oder nur den untersten? Hier, können wir auch drehen. Ah, okay. Das ist doch schön. Wasser läuft. Wir brauchen wahrscheinlich nur noch ein Gefäß oder so, ne? Obwohl, hier ist jetzt, äh, eine Treppe oder so entstanden. Oh, da fehlt irgendwas. David, hast du diese Krise? Hier ist leer. Ah, das ist die Kurbel, die wir brauchen, um weiterzukommen. Oh, hier ist noch eine Schublade. Da ist noch mal nichts drin, aber sowas übersieht man gerne. Hier, nehmen wir die unterste. Das auch nichts. Das auch nichts. Hauptsache, der Programmierer hat eine Schublade eingebaut. This must be the page from St. John Chrysostom's book. Let's see what it says. Muss irgendwas mit dem Rahmen sein. Warte mal, der Rahmen kann Dach da. Ne, das passt auch nicht so ganz. Warte mal, hier gibt es ja so eine Mittelpassage. Hier mit aus. Ne. Aber das passt auf jeden Fall zusammen. So. Das müsste dann nach unten wahrscheinlich. Das gehört da auch hin. Sehr schön. Die Kleinteile. Erstmal die großen irgendwie nehmen, ne? So, auf jeden Fall. Das gehört da hin. Dann wird das... Ne, dann wird das da hinkommen. Das kommt da hin. Kommt dann da hin. Das ist cool, dass ich das so ein bisschen hin und her schieben kann. Ja, sehr geil. Jetzt kommt da hin. So, warte mal. Das ist ja... Hier ist nochmal Schrift. Die müsste ja hier irgendwie hinkommen. Ja. Dann kommt das auf jeden Fall hier hin. Langsam wird es leichter. Das kommt da hin. Ne. Das kommt aber da hin. Das kommt da hin. So, jetzt haben wir hier noch... Genau. Jetzt haben wir noch Teile. Sehr schön. Wo ist denn das hin? Hier. Jo. Alles klar. Schubladen hatten wir ja schon, ne? Genau. Da müsste es jetzt eigentlich rüber gehen. Die Korbel haben wir auch. Ich vermute mal, die können wir jetzt hier auch reinsetzen. Genau. Mach'n da mal Dong Dong. Ich weiß gar nicht, wie weit man das drehen muss. Ja, warte mal. Ist da... Irgendwas löst sich doch dann. Da verschwindet auch ein Balken, ne? Ja. Guck'n was gucken. Nach unten können wir nicht. Wir können auch hier nichts einsetzen. Über die Schubladen. Ist da die Tür? Okay. Die hab' ich gar nicht gesehen. Okay. Was müssen wir denn hier machen, wenn wir die Tür sehen? Ich vermute mal, wir müssen noch mal anders kurbeln. Können wir uns hier noch was angucken? Schauen wir mal, was passiert denn, wenn wir jetzt kurbeln? Irgendwie eine andere Sichtweise nehmen, weil ich sehe sonst nicht, was da passiert. Ah, okay. Ist es rübergegangen? Kann sein, dass wir jetzt... ...was anderes sehen hier. Ach nee, da müssen wir dann raus. Okay, jetzt habe ich's. Alles klar. Hat ein bisschen gedauert, aber... ...wann ein bisschen überlegt. So, er will aber irgendwie. Fakt jetzt, das ist das Maximale. Ne, irgendwie haut das nicht so ganz hin. Ich finde, von der Steuerung her ist das ein bisschen blöd. Warte mal, jetzt ist es hin. Vielleicht müssen wir da auch irgendwo eine Bremse lösen oder so. Sulfur, oder eher philosophische Sulfur, wie ein Alchemist würde sagen. Das war das Problem. Das Ding hat alles verklemmt hier. Irgendwie... Ah, jetzt geht's alles klar. Mann, Mann, Mann. Das war ja auch ein Ritt. Unglaublich. Wir kommen hier raus. Sehr schön. Jetzt sind wir irgendwie vom Ägyptischen so ins Chinesische gegangen, ne? So asiatische Schriftzeichen. Was ist das? Die romanischen Mönche aus dem alten Monastery. Es ist ein Gebet zu Gott. Eine Art Gebetstrommel oder so, ne? Doppel, wir laufen hier richtig. Auf jeden Fall haben wir sieben Herzen. Ich habe einen Tag gefunden. Einen Tag habe ich eine Kaffee gefunden. Ich schaute nach ihrer Entrance. Innerhalb habe ich die most beautiful toys und die most exquisiten Südien gefunden. Die auch was für mich? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das schon reicht. Oder ob wir noch einen anderen Weg hätten gehen müssen. So, light the candles, place the cross. Okay, light the candles. Machen wir erstmal die Kerzen an. Ne, das war falsch. Achso, aber das... Also die Reihenfolge scheint egal zu sein, ja? So, jetzt noch ein Totenschädel. The light the candles, the cross above. Red rose, cross. Okay, jetzt müssen wir irgendwo die Rose platzieren. Okay. 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 Und jetzt? Mehr können wir da auch gar nicht machen. Das ist so ein Ritual. Ein Schmetterling ist cool, dass er sich da direkt ans Kreuz setzt, aber ich weiß auch gar nicht ob das ein Zeichen ist oder... So, Wasser ist an. Hier steckt was drin. Wo ist das Problem? Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas fehlt noch. Okay, ich kann hier auch nichts tun. Was doch fehlt ist die Rose, ne? Ich habe die Rose gar nicht platziert. Ah ne, sieben Herzen habe ich. So, wir gucken mal. Hier können wir nichts machen. Können wir auch nichts machen. Kannst du das irgendwie rausnehmen? Ne, ne? Das geht nicht. Okay, gucken wir mal. Irgendwas werden wir übersehen haben. Irgendwas kleines. So. Leicht die Kanäle haben wir gemacht. Pläte die Cross haben wir gemacht. Mercury, Silber, Ampher, Red Rose. Holy Cross. Die Page von St. Und Guck. Okay, da ist noch was drin, aber das sammelt da nicht ein irgendwie, ne? Ne. Oh, unemployed. Scheint man. Shine within my heart, loving Master, the pure light of your divine knowledge and open the eyes of my mind that I may comprehend your mysteries. ist mit der maus dies zu empfindlich so eine sachen so und jetzt es muss noch ein anderes stück geben wir können ja mal gucken dass wir ihn gerade hinbekommen genau das stück uns mal anders hinstellen das stück hier nach links kommt das kommt nach links ok das kommt nach rechts und das müsste das so sein das kommt da hin und das kommt dann nach oben ja ich muss noch mal drin weil die maus empfindlichkeit haut nicht so ganz hin sehr gut jetzt funktioniert die frage trinken wir das jetzt oder jetzt sind wir wieder am leben ja das ist ja sehr schön wir sind wieder unter wasser unterwegs gleich wir gehen jetzt hier raus ich dachte schon ich komme da gar nicht mehr raus oder muss noch mal tauchen das war ja wirklich so komm in father let's have a talk look at you a child of light we shall destroy you my master was also a son of light yet he fell david is an angel soon the pain will end hell is not temporary hell preserves the pain after death you have no flesh to experience your sin left or something enjoying the food but that they enjoy the sweet nobody to enjoy the pleasure of the horse Ich dachte, da sitzt eben noch wer mit drin. Sieht ja echt mega aus. Wow. Mal mal gucken, wo wir angekommen sind. Die Pferde schlagen aus. Ich vermute mal, ich muss hier lang. Er hat mich quasi wieder zurückgeschickt. Okay, also bin ich immer noch tot. Okay, ich habe gar nicht gesehen. Er hat mich ja direkt vor mein Haus gebracht. Wie gesagt, direkt in die Kirche. Und hier stehen die sieben Rosen für die sieben Kinder. Und ich muss wahrscheinlich die sieben Herzen einlegen. Gehen mal rum. So Freunde, ich würde aber sagen, wir machen mal Schluss. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Alles klar, bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.